Es ist November 2020. An diesem schönen Tag im Spätherbst fahre ich zum Wandern an die BLS Südrampe. Ich möchte euch auf diese Wanderung mitnehmen und die schönsten Impressionen mit euch teilen. Im Vordergrund stehen in diesem Video für einmal nicht Aufnahmen von Zügen, sondern die einzigartig schöne Eisenbahninfrastruktur und einer der schönsten Wanderwege in der Schweiz. Die Lötschberge Südrampe. Unterdessen bin ich bereits drei Stunden mit dem Zug unterwegs und erreiche Fruttigen. Gleich geht's auf die Bergstrecke der Nordrampe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach dreieinhalb Stunden erreiche ich mein Ziel den Bahnhof Hoh-Tenn. Rundung des ZDF, aber ich habe sie differential Schaffstkreuz on einem 잡아, Abonnet einen Hoh-Tenn gehe Iこれacerbhaus haben bei den Mundial. Mein Ziel ist Ausserberg. Die Wanderung sollte ungefähr dreieinhalb Stunden dauern. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Bereits nach ein paar Schritten war ich beim Luglking Viadukt angekommen. Ein Viadukt von unbeschreiblicher Schönheit. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. die Wanderung ist eine große Herausforderung. Die Wanderung ist eine große Herausforderung für die Wanderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020